Hallo, wir starten heute eine neue Reihe Telekom erklärt Mobilfunk. Wir wollen in loser Folge Fragen rund um das Thema Mobilfunk besprechen. Und da ich das nicht alleine kann, habe ich mir einen unserer Experten eingeladen. Und das ist der Dennis Lehmacher. Dennis ist bei uns Squad Leader Experience Süd. Dennis, sag mal, was du da machst. Hallo von mir und danke Markus, dass ich dabei sein darf. Was machen wir in Experience Süd? Und wir sind dafür verantwortlich, mein Team und ich, dass wir die Mobilfunkqualität in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Bayern und Baden-Württemberg, so grob gesagt, jeden Tag noch ein bisschen besser machen. Also alle diese Mobilfunkbasisstationen, die wir als Deutsche Telekom betreiben, so aufeinander abstimmen, dass man auch immer perfekt die Gespräche übergeben kann von einem Standard zum nächsten und man auch immer Top Speeds in unserem Netz erreichen kann. Und wie sieht dann so deine tägliche Arbeit aus? Die tägliche Arbeit ist echt vielfältig, angefangen von Kundenbeschwerden, wo Kunden lokal sagen, hey, das Mobilfunknetz war hier mal besser oder ich habe irgendwie schlechteren Empfang. Bis hin zu Eventbearbeitung, Eventplanung, was und wie viele Mobilfunkbasisstationen brauchen wir temporär, um ein großes Festival mit beispielsweise 80.000 Besuchern zu versorgen. Wie kann ich es einstellen, dass ich in der U-Bahn telefonieren kann oder in der U-Bahn meinen Netflix-Stream abrufen kann und auch das, was die ganzen Daten in unserem Netz zurückmelden, richtig interpretieren, um auch Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie gut funktioniert unser Jetzt im Süddeutschland. Das heißt also, wenn jemand so info at telekom.de schreibt und sich da irgendwie über Mobilfunk bei sich zu Hause beklagt, dann kommt er irgendwann, wenn er in Süddeutschland wohnt, mehr oder weniger bei dir raus? Nicht direkt. Wir sind quasi so der letzte Support in der Kette. Also wenn der Kunde bei info at telekom sich meldet oder auch an der Mobilfunk-Hotline, kommt er zunächst mal bei unseren Servicekollegen raus, die sein Anliegen aufnehmen, die ein paar Standardfragen stellen und ein paar Standarddaten zusammentragen, die wir für eine positive Entstörung auch brauchen. Die werden dann weitergereicht zu uns in die Technik, wo es dann Kollegen gibt, die ein tieferes Verständnis haben, um das Netz und die Kundendaten korrekt zu bewerten und zu analysieren. Schon mal voreinzugrenzen, was das Problem ist. Haben wir vielleicht sowieso einen Ausfall in der Umgebung gehabt? Gibt es dort eine geplante Umbaumaßnahme, wo der Mobilfunkstandort quasi geplant ausgeschaltet wurde, weil wir zum Beispiel neue Antennen aufhängen? Oder gibt es doch eher einen tiefergreifenden Grund? Dann kommen mein Team und ich zum Einsatz, nämlich wenn es dann um die Detailanalyse geht, auf Funkfeldebene runter, auf Parameterebene der Handys runter und Smartphones oder auch Router, um dann zu sehen, was genau macht das Endgerät nun in unserem Mobilfunknetz, wie gut performt das Endgerät in unserem Mobilfunknetz, um dann daraus Maßnahmen abzuleiten, damit wir dem Kunden wieder seine gewohnte Qualität bereitstellen können. Ihr macht ja sogar so Messfahrten dann, nicht? Wir haben da auch schon mal ein Video zusammen gemacht. Genau, das haben wir mal vor einigen Jahren zusammen gemacht. War auch, glaube ich, unser erstes Video, was wir mal gemeinsam gemacht haben. Da habe ich dir mal oder auch unseren Kunden oder Interessierten auf dem Telekom-Netzkanal von YouTube erklärt, wie so ein Messfahrzeug aufgebaut ist mit meinem Kollegen Dieter, was wir alles messen können in Mobilfunk, welche Endgeräte wir auch in der Dachbox verbaut haben, die du fälschlicherweise als Skibox angenommen hattest, mit der wir in den Urlaub fahren können. Und dementsprechend war so gezeigt, auf der A5, meine ich, war das damals bei Frankfurt, wo wir ein paar Mobilfunkprobleme vor Ort nachgemessen haben, die wir dann im Nachgang optimiert haben. So, jetzt für die ersten Folgen habe ich mir mal so ein paar Fragen rausgesucht, die so rund um das Thema Mobilfunk und Technik im Internet auch immer wieder gestellt werden. Im weiteren Verlauf aber natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr auch Fragen stellt, die wir dann hier zusammen erörtern können und dann auch hoffentlich beantworten können. Heute steigen wir mal ein mit der Frage, was ist der Unterschied zwischen 4G und 5G? Dennis, bring Licht ins Dunkel. Ja, das ist eine sehr gute Frage, Markus. 4G und 5G, was ist eigentlich der Unterschied? Es wird ja viel beworben mit, oder damals, wie es angefangen hat, autonomen Fahren, mehr Speed, geringe Latenzen und so weiter und so fort. Aber aktuell bemerken wir so richtig, den Anwendungsfall gibt es ja so noch gar nicht und wir nutzen also 5G aktuell so als Speedboost in unserem Netz. Also der Hauptunterschied zwischen 4G und 5G ist eigentlich die limitierende Bandbreite, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Bei LTE waren das technisch gesprochen 20 MHz Bandbreite, die maximal möglich waren, die wir mit einer LTE-Zelle aussenden konnten. Bei 5G haben wir da bis zu 400 MHz Bandbreite zur Verfügung und betreiben ja selbst als Deutsche Telekom beispielsweise auf 3,6 GHz mit 90 MHz Bandbreite einen enormen Datenboost für unsere Kunden. Was kann man aber noch mit 5G machen? Wir haben auch die Möglichkeit, was es bei LTE nicht gab, unsere gesamte Bandbreite, die zur Verfügung steht, auf gewisse Endgerätegruppen einzukreisen, sodass dann Endgerätegruppen, die gar nicht viel Bandbreite benötigen, weniger Bandbreite auch zur Verfügung gestellt bekommen und dementsprechend die anderen Kunden auch gar nicht beeinträchtigen. Was gibt es noch als Hauptunterschied? Ganz klar Beamforming. Vielleicht kommen wir da auch noch zu dieser Frage, wenn die interessant ist. Ist mit 5G und aktiven Antennen das erste Mal so richtig möglich? Sprich, ich kann zur selben Zeit in unterschiedliche Richtungen, wo eine Antenne hinschaut, verschiedene Kunden mit ihren Smartphones, Routern oder Tablets gleichzeitig bedienen, die allesamt denselben Speed bekommen. Bevor wir Beamforming machen, vielleicht nochmal ganz einfach auch gefragt, was steht eigentlich hinter den Begriffen 5G und 4G? Es gibt ja auch LTE oder es gab früher UMTS, GSM. Warum 4G, warum 5G? Das hat mit der Entwicklung der Netztechnologien oder Mobilfunktechnologien über die letzten 30, 40, 50 Jahre zu tun. G ist einfach die Abkürzung für die Generation der Technologie, wie sie mal weltweit standardisiert wurde und sie auch unter anderem von uns und vielen, vielen anderen Providern auf dieser Welt genutzt wird. Angefangen hat alles mit der ersten Generation Mobilfunknetze. Das waren damals so die A-, B- und C-Netze. Ich erinnere mich da nicht mehr dran, das war alles vor meiner Zeit. Viele ältere Kollegen in meinem Team haben damals noch unter anderem das B- und C-Netz aufgebaut. Optimismus und Optimismus darf vor Ort zur Basisstation hinfahren, zum Teil übernachten, mit dem Schraubenschlüssel wirklich noch irgendwelche Schrauben drehen, um HF-Hendstufen einzustellen. Also ganz anders als heute. Das war so die erste Generation von Mobilfunk. Wirklich ein zentraler Antennenträger oben auf dem Berg, der eine große Reichweite hatte. Und damals dann auch noch Endgeräte in der Größe im Auto verbaut oder als Aktenkoffer für viel Geld konnte man sich diese anschaffen. Übrigens, damals gab es auch noch im Mobilfunkbereich Vorwahlen. Das heißt, man musste immer wissen, in welchem Bereich sich ungefähr die Person auffällt, die ich jetzt anrufen möchte, um die korrekte Vorwahl der Basisstation zu erreichen, wie es heutzutage noch aus dem Festnetz bekannt ist. Wenn man das nicht wusste, konnte man die Person nicht mehr erreichen. Heutzutage ist das ganz luxuriös. Ich habe einfach eine Handynummer, egal wo sie sich auf dieser Welt befindet. Ich kann die Person anrufen oder mit ihr chatten. Das ist alles ganz entspannt. Dann kam die zweite Mobilfunkgeneration, also 2G oder auch GSM. Das war so 1990, 92, 95. Das war auch die erste digitale Technologie. Vorher war alles analog mit Amplituden und Frequenzen und so weiter und so fort. Bei GSM hatten wir das erste Mal die Möglichkeit, digital Nullen und Einsen über einen festgelegten Standard zu übertragen in diversen Zeitschlitzen. Damals wurde das gemacht und da konnte man beispielsweise über einen GSM-Kanal acht Telefonate gleichzeitig bedienen. Wollte man mehr Kunden mit Ressourcen bedienen, hatte man einfach mehr Frequenzen parallel angeboten. Die dritte Mobilfunktechnologie, 3G, war dann ganz klassisch UMTS mit einer sehr teuren Auktion zu Beginn der 2000er Jahre in Deutschland. Das war dann so das erste Mal, wo es Richtung Highspeed geht, wo es auch darum geht, dass man mobile Anwendungen gerne betreiben möchte, die wirklich datenintensiv sind. Weil bei GSM hatten wir nur GPRS als Datendienst. Das ist auch so eine Abkürzung, mit dem damals Daten übertragen wurden. Mit Edge wurden dann verschiedene Kanäle gebündelt. Konnten wir dann ähnlich wie bei ISDN Kanalbündelung mehr erreichen. Aber mehr heißt auch in dem Fall nur maximal 384 Kilobit pro Sekunde. In heutigen Maßstäben auch nicht vergleichbar. Bei UMTS waren dann schon später mehrere Megabit möglich. Am Schluss sogar mit HSPA+. Also Highspeed Packet Access Plus bis zu 42,2 Megabit hier in Deutschland. Und dann kam ganz klar den jetzigen Standard, den wir auch aktuell betreiben. LTE als 4G, wo wir echt von Bandbreiten 100 Megabit, 150, 300, 500 mit Carry Aggregation anbieten können. Und darauf aufgebaut nun die fünfte Technologie, fünfte Generation mit 5G New Radio. Also ich erinnere mich tatsächlich noch an Laptopkarten, GPIS und auch tatsächlich an die Einführung, wo wir Edge dann flächendeckend dann auch ausgerollt haben. Ich meine, das erste iPhone konnte auch, das konnte Edge. Das konnte nicht UMTS damals, sondern das konnte Edge. Und deshalb lief das in unserem Netz auch besonders gut. Und das war damals tatsächlich etwas, was an Geschwindigkeit einfach spürbar war vom Seitenaufbau. Es gab ja bei den alten Geräten sogar nochmal die Zeit, wo man Bilder und so weiter ausgeschaltet hat, damit sich die Seite dann schneller aufgebaut hat. Und da war es dann zum ersten Mal mit dem iPhone und Edge so, dass man auch sich ja wirklich bewegen konnte. Und nicht nur in der Stadt, sondern auch wenn man irgendwo zwischendurch dann im ländlichen Raum unterwegs war, hatte man immer so eine gleichmäßige Geschwindigkeit. Aber wie gesagt, das konnte man, das war damals auch so etwas, was man tatsächlich erfahren konnte. Kann ich das heute, merke ich das auch, ob ich in einer 4G-Zelle oder in einer 5G-Zelle bin als Nutzer normal? Das merkst du als normaler Endkunde heutzutage überhaupt nicht. Beim normalen Seitenaufbau, wenn du im Web surfst oder wenn du Spotify-Streaming betreibst, wenn du unterwegs im Zug Netflix schaust oder am Bahnhof stehst und deine Textnachrichten absendest oder WhatsApp-Calls absetzt, da merkst du gar keinen wirklichen Unterschied. Wo du es nachher dann auf jeden Fall merkst, wo dann der Vorteil der Bandbreite von 5G zum Tragen kommt, ist zum Beispiel in Stadien, in Zonen oder in Hotspots in Innenstädten oder auch auf Events, die auf dem Land stattfinden. Beispielsweise Wacken, überall bekannt in Deutschland, das große Wacken Open Air. Da merkst du, wenn sich viele, viele Menschen auf kleinem Raum sammeln, dass die LTE-Kapazität irgendwann nicht mehr ausreichend ist. Wenn du dann aber 5G zur Verfügung hast, hast du die Möglichkeit, diese gesamte Datenmenge über diese 5G-Technologie zu übermitteln oder loszuwerden und dein LTE wird gar nicht so stark belastet, wie es früher mal der Fall war. Und wie sieht es mit der Abdeckung aus, mit der Verfügbarkeit? Gibt es da Unterschiede zwischen 4G und 5G? Inzwischen auch nicht mehr so groß. Wir als Telekom bieten bundesweit in Deutschland das größte 5G-Netz an. Sei es mit 3,6 GHz in Innenstädten oder in dicht besiedelten Bereichen mit unseren aktiven Antennen. Sei es mit dem Dynamics Practum Sharing, also gemeinsam ein LTE-Carrier und einen 5G-Carrier gemeinsam auf demselben Frequenzband genutzt. Oder auch mit 700 MHz im Low-Band-Bereich, wo wir sehr, sehr weit kommen, also auch auf dem ländlichen Gebiet eine sehr gute Abdeckung bereitstellen können. Über Frequenz machen wir vielleicht auch nochmal eine Sendung, wofür man die einsetzt. Jetzt mal dann noch die Frage, man sagt immer Mobilfunkstandards. Was beinhaltet so einen Standard? Wie wird der festgelegt? Für wen gilt der? Was steht da drinnen? Standard ist ein gutes Stichwort, weil würden jetzt auf der Welt verschiedene Unternehmen, Provider meinen, hey, lasst uns doch mal Mobilfunk anbieten. Wir wollen unseren Leuten mobile Kommunikation in unserem Land ermöglichen. Dazu beauftragen wir einen Hersteller, der Ahnung hat, wie man diese Hardware baut, wie man die Software dazu baut. Und dann bauen wir uns ein paar Antennen auf und ein bisschen Technik unten hin, Strom dran, Glasfaser dran, fertig. Jetzt kommt aber dann jemand aus dem Nachbarland in dasselbe Land, will mit seinem Handy telefonieren. Und sein Nachbarland hat exakt denselben Weg gewählt, nur mit einem anderen Hersteller. So, und das Endgerät vom Nachbarland kann es in deinem Land nicht mehr telefonieren. Würde jeder machen, was er will. Da gab es vor einigen Jahren das Third Generation Partnership Project, kurz 3GPP, mit Konsortien und Unternehmensvertretern oder Providervertretern aus der ganzen Welt, wo wirklich Experten zusammengesetzt sind und sich Gedanken gemacht haben, hey, würden wir jetzt alle weltweit mobil kommunizieren wollen? Lasst uns doch mal auf einen Standard einigen. Da ist das Wort wieder Standard. Was wird denn da standardisiert? In so einem Standard steht drin generell, wie ist so eine Basisstation beispielsweise aufgebaut oder welche Funktionen können über ein GSM-Netz abgebildet werden, über ein UMTS-Netz oder über ein LTE- oder 5G-Netz. Dann die Kommunikation hintendran. Wie muss das Kernnetz, also das Core, hintendran aussehen? Welche Elemente gibt es da? Wie werden Aufgaben verteilt? Gibt es einen großen Server, der sich um alles kümmert oder wird dieser große Server gesplittet in kleinere Server und jeder Server hat seine eigenen Aufgaben, die er zu erledigen hat? Oder machen wir alles virtuell? Also bauen wir keine Server mehr dediziert auf, sondern bauen einfach nur noch eine Serverlandschaft oder ein Rechenzentrum und per Software sage ich dann einfach, ich brauche jetzt mehr oder weniger Ressourcen in meinem Kernnetzwerk, die das ermöglichen. Zweiter Punkt ist auch, was in diesem 3GPP-Konsortium beschlossen wird. Welche Protokolle verwende ich denn, um mit dem Mobilgerät kommunizieren zu können, also zwischen Mobilgerät und Basisstationen? Alle kennen es wahrscheinlich sehr, sehr gut. Der IP-Standard, das Internetprotokoll auch schon sehr, sehr alt, ist auch ein Standard, der nämlich festlegt, wie Nullen und Einsen in einem Paket angeordnet sein müssen oder wie ein sogenannter Header, also vorneweg die Sequenz, die beschreibt, wie das Paket aussieht, welche Daten hinten dran sind. Das gibt es auch im LTE, nämlich für LTE-Protokolle, die spezifisch nur dafür da sind, um im LTE zwischen Mobilgerät und Basisstationen kommunizieren zu können. Und dann auch der Vorteil, welche Bandkombinationen, also in welchen Frequenzen arbeite ich denn mit meinem Endgerät? Und dann auch noch die Interoperabilität, sprich, wenn ich jetzt von meinem Land in mein Nachbarland fahre, auch gewährleisten zu können. Gerade in Europa seit 2017, glaube ich, ist das auch Gott sei Dank keine Roaming-Kosten mehr für die Endkunden. Das heißt, ich kann mich ganz normal im EU-Raum bewegen und kann mein Internet und mein Telefon genauso nutzen wie zu Hause auch. Das sind so mal ganz grob ein paar Randpunkte angesprochen, die in so einem Standard behandelt werden, damit man auch weltweit überall dieselben Regeln hat und jeder auch in jedem Land agieren kann. Und das funktioniert auch oder gibt es irgendwelche Länder, die da ausreißen? Mir persönlich ist jetzt kein Land bekannt, aber es gibt ja auch etablierte Hardware-Ausrüster weltweit, weil die gibt es auch nicht wie Sand am Meer. Ericsson, Nokia, Huawei oder auch ganz neue Oran-Anbieter, die da ganz neu mit einsteigen, die ihre Expertise seit Jahren in diesem Aufbau von Hardware und Software, in diesem Hochfrequenzbereich haben. Und dementsprechend sind das auch die gefragtesten am Markt. Und Ausreißer würde auch bedeuten halt ein enormer Aufwand an Kosten, die auf einen zukämmt, wenn man eine Eigenentwicklung beispielsweise anstrebt. Ein ganz wichtiges Thema in heutiger Zeit ist ja immer Stromverbrauch. Wenn man jetzt sagt, 5G kann mehr als 4G, verbraucht es dann auch viel mehr Strom als 4G? Nicht unbedingt, weil die Technologien entwickeln sich auch beim Stromverbrauch immer intelligenter weiter. Sprich, es wird immer nur die Leistung angeboten, die in dem Moment auch abgefragt wird, beziehungsweise in der Entfernung, wo ich das Endgerät erreichen möchte. Sowohl bei LTE als auch bei 5G. Was wir aber immer haben, sind sogenannte Referenzsignale, die immer ausgesendet werden. Die senden wir immer mit voller Leistung aus, damit über den gesamten Radius, wie eine Zelle groß sein kann, immer die Möglichkeit eines Endgeräts besteht, zu detektieren, wie weit bin ich denn jetzt von meiner Basisstation entfernt. Damit man das nicht dynamisch immer hoch- und runterfahren muss, sind diese dauerhafter. Aber auch da gibt es jetzt mit 5G oder auch im LTE immer neue Ansätze, auch diese zu modulieren in der Leistung. Sprich, nicht immer alle Referenzsignale, die aus so einem LTE oder einem 5G-Standard beschrieben sind, ausgesendet werden, sondern vielleicht nur noch jedes vierte Signal. Was wir auch noch für Möglichkeiten haben, ist auch ganze Zellen einfach bei 4G, also bei 5G, komplett herunterzufahren. Sprich, meine Antenne kann fünf verschiedene Frequenzen LTE und zwei verschiedene Frequenzen in 5G anbieten. Ich habe aber gerade nur zehn User, die bei mir in der Zelle eingebucht sind, die ich versorgen muss. Die benötigen ja keine 200 MHz Bandbreite jetzt mit voller Leistung. Das heißt, man hat auch jetzt zukünftig die Möglichkeit, dynamisch zu entscheiden. Ich fahre bestimmte Frequenzen runter und spare dadurch dann auch Strom. Und ganz, ganz neu jetzt auch die letzten Jahre immer stärker geworden, dass man auch künstliche Intelligenz dafür ansetzt, sodass man nicht mehr hart entscheiden muss anhand gewisser Schwellwerte, schalte ich jetzt ab oder an, sondern ich nutze eine künstliche Intelligenz dafür, die mir dann auch sagt so, hey, gestern um die Zeit habe ich so und so viel Strom benötigt oder gestern um die Zeit waren so und so viele User eingebucht. Ich erwarte das heute wieder, weil wir haben noch einen Wochentag, wir sind nicht am Wochenende. Das heißt, ich fahre mal um 12 Uhr mittags zur Mittagspause mal alle Ressourcen hoch, aber um 2 Uhr erwarte ich eigentlich wieder ein Loch. Da fahre ich einen Teil meiner Zellen wieder runter. Toll, jetzt haben wir das Schlagwort KI auch noch untergebracht. Es gibt ja heutzutage keine Sendung und keinen Beitrag mehr ohne KI. Da wir jetzt bei dem Thema Schlagwörter sind, nochmal ein paar Schlagwörter zum Thema 5G. Du hattest Beamforming schon angesprochen. Sag nochmal, was steckt dahinter? Ist jetzt jede 5G-Antenne eine Beamforming-Antenne oder wie ist das? Nein, also nicht jede Antenne ist eine Beamforming-Antenne, weil für eine Beamforming-Antenne sind zwei Sachen sehr entscheidend. Und erstens, ich brauche ganz, ganz viele Antennen, kleine Antennen oder sogenannte Dipole, um den Begriff aus der Physik zu verwenden, nebeneinander und übereinander in einem sogenannten Antennen-Array, damit das funktioniert. Und zum anderen brauche ich dafür halt auch Platz und möglichst auch keine Kabel dazwischen, sondern am besten sind diese Dipole direkt an meinem Board, was in dieser Technik verbaut ist, auf der Hardware verbaut ist, direkt an der Endstufe angeschlossen oder verlötet. Damit es keine Verluste gibt, damit wir auch möglichst in Echtzeit sind mit der Berechnung, wo ist jetzt das Endgerät, in welcher Richtung, in welche Richtung muss ich diesen Beam aussenden und kann dann dementsprechend agieren. Ein Beam ist aber eigentlich nichts anderes, als dass ich jetzt die Möglichkeit habe, wenn man eine Antenne gerade ausguckt, softwaretechnisch horizontal in eine bestimmte Richtung mein Funkfeld zu lenken, also auch vertikal und natürlich dann auch diagonal. Früher diese passiven Antennen, so nennen wir sie, diese langen weißen Antennenkörper, die immer auf Dächern oder an Masten verbaut sind, hatten meistens ganz viele Dipolebenen übereinander, aber nur eine oder zwei nebeneinander. Damit ging Beamforming nicht, aber wir haben ein rudimentäres Beamforming schon immer gemacht, nämlich dieses Tilt, haben wir auch schon mal vielleicht in dem einen oder anderen Video erläutert, sprich das Funkfeld statisch eingestellt und geneigt, weil selten ist ja jeder Nutzer in einem Mobilfunknetz auf Höhe von 50 Metern des Mastes und macht da seine ganzen Anwendungen, sondern die sind ja meistens unten. Haben wir auch zuletzt ja mal in Frankfurt erläutert, vor einigen Jahren, wie wir uns auch da die Bebauung zunutze machen durch dieses Tilten der Antennen. Und jetzt mit der aktiven Antenne habe ich in diesem Antennen-Array die Möglichkeit, nehmen wir mal an, wir haben ein 8x8-Array, das heißt, ich habe 8 Dipol-Spalten nebeneinander und 8 Dipol-Spalten übereinander. Kann ich jetzt das, was ich beim Tilt vorher statisch gemacht habe, dynamisch in alle Richtungen machen, weil ich kann ja nach links genauso agieren wie nach rechts, nach oben genauso agieren wie nach unten. Einer mit einem Joystick und fummelt da rum. Genau, jeden Mittag von 15 bis 16 Uhr sitze ich in meinem Büro, pack meinen Joystick aus und dann mache ich für die Stadt Frankfurt, stelle ich die, nein, Spaß. Auch das hat sich Gott sei Dank weiterentwickelt. Das macht alles die Systemtechnik an sich des Herstellers, eine Software hintendran, die detektiert, aus welcher Richtung empfängt, weil sie kann nämlich dann auch hören, aus welcher Richtung empfängt sie ein Signal stärker in ihrem Antennen-Array. Sprich, das ist jetzt unser Array, hier in dem linken Bereich sitzt unser Endgerät und meldet sich, das heißt, diese Antennen hier hören im Nano- oder Millisekundenbereich früher das Signal als die Antennen hier rechts. Und dementsprechend weiß schon mal die Basisstation, oh, es geht eher in die linke Richtung und dann kann man mit sogenanntem Beam-Sweeping, nennt sich das, also wir fächern unsere Signale dann einfach so auf und gehen die so in so Zeitintervallen einmal durch. Und das Endgerät meldet dann zurück, hey, den Beam Nummer 8 habe ich am besten empfangen, dann weiß die Basisstation, alles klar, das ist dein Beam und dann bekommst du deinen Datenkanal in diese Richtung ausgerichtet. Gleichzeitig, wenn wir jetzt von links weggehen, hat ein Nutzer rechts von der Zelle oder von der Antenne die Möglichkeit, genau dieselben Datenmengen zur selben Zeit abzurufen, auf derselben Frequenz. Das ging vorher nicht. Aber eingesetzt werden die dann an Orten mit besonders hoher Nutzung, also im Innenstadtbereich, Bahnhof, Marktplatz. Genau, weil sie bringen halt zum einen sehr, sehr viel Kapazität, zum anderen halt auch durch die dichte Bebauung, auch die Möglichkeit durch das dynamische Beamforming, die richtigen Endgeräte zur richtigen Zeit zu bedienen. Grundsätzlich kann man diese Antennen aber überall aufbauen. Die Deutsche Telekom baut jetzt nicht ausgerechnet nur im innerstädtischen Bereich diese Antennen auf, sondern auch zum Teil in kleinen Städten, da wo es sich halt anbietet. Anderes Schlagwort, Network Slicing. Was slicen wir? Das kann man sich jetzt ungefähr vorstellen wie so eine Brotscheibe, die man so von einem Stück Brot abschneidet. Nicht aber, dass wir dann sagen, jeder kriegt jetzt eine Brotscheibe von der Antenne angeboten, sondern wir können von der Basisstation ganz vorne bis ganz nach hinten ins Kernnetzwerk dedizierten Ressourcenkanal anbieten für eine bestimmte Anwendung, für eine bestimmte Nutzergruppe, die zum Beispiel sagen, hey, ich brauche immer 10 Megabit pro Sekunde garantiert zu jeder Zeit, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt, 5G erlaubt ist dann im Standard, das Netzwerk zu slicen, also zu schlitzen. Das heißt, ich kann meine Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, in der gesamten Bandbreite, einteilen, dass ich dann zum Beispiel nur 20 Megahertz diesem einen Kunden oder dieser Kundengruppe zur Verfügung stelle, die jetzt datenintensive Anwendungen macht und die Ressourcen dafür benötigt. Aber die anderen Megahertz kann ich weiterhin beliebig bedienen und auch die Ressourcen aus dem Slice, wenn sie gerade nicht abgerufen werden, auch dynamisch wieder freigeben für alle Nutzer. Das geht dann bis zurück ins Kernnetzwerk, wo dann über eine Ende-zu-Ende-Kette sichergestellt ist, dass du deine garantierten Ressourcen auch bekommst. Garantiert ist auch ein gutes Stichwort. Damals bei Voice over LTE, also der Volte-Standard Telefonie über LTE, spricht man ja auch von einer garantierten Bitrate, damit dein Anruf keine Aussätze hat. Merkt mal vielleicht, wenn man im LTE telefoniert, hast du selten mal Paketverduste, Sprachaussetzer, außer du bist jetzt im schwach gecoverten Bereich. Im Gegensatz zu einem WhatsApp-Call oder wenn man über Instagram telefoniert oder über WebEx, wenn man da mal ein paar Paketverduste hat, die merkt man, das hört man. Und das ist dieses Garantierte. Das ist alles wahnsinnig spannende Möglichkeiten, ist aber auch, klingt aber auch immer ein Stück weit ganz schön kompliziert. Was ist denn jetzt pflegeleichter für dich? Ist das jetzt 4G oder das 5G-Netz? Weil mir hat mal jemand gesagt, 5G sei eigentlich ein saukompliziertes 4G. Die Aussage kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil man hat ja einfach den LTE-Standard genommen, geschaut, hey, was waren damals so Beschränkungen, haben diese Beschränkungen entfernt wie Bandbreiten oder auch dynamische Bandbreiten, Slicing, packen dann noch zusätzliche Funktionen um drauf, um sehr geringe Latenzen oder auch extreme Bandbreiten zur selben Zeit anbieten zu können, je nachdem, was gewünscht ist. Und gleichzeitig dann noch diese Virtualisierung oder Klaudifizierung, wird ja auch gerne in Deutschland genommen als Neologismus, um dann diese ganzen virtuellen Softwarekomponenten, die keine Server mehr sind, hoch- und runterzufahren, also dementsprechend zu skalieren. Dann kommt noch das Slicing dazu, dann kommt das Beamforming dazu, dann kommen diese Leistungsgeschichten dazu, wie viel Leistung fahre ich denn, wann fahre ich Leistungen hoch, wann fahre ich Leistungen runter. Dann gibt es noch Multi-User-MIMO. Früher hatten wir nur MIMO, also Multiple Input, Multiple Output, verschiedene Datenströme zur selben Zeit. Jetzt können wir das für verschiedene User gleichzeitig machen. Das habe ich ja eben erläutert. Und dementsprechend ist 5G schon ein bisschen aufwendiger. Gut, jetzt ist es ja so, man redet heute eigentlich im Mobilfunkbereich ja praktisch nur noch über 5G. Wann wird 4G abgeschaltet? Dazu gibt es noch gar keine Ambitionen, weil aktuell redet man ja sogar nur davon, wann wird denn immer das GSM-Netz abgeschaltet, weil GSM jetzt auch in die Jahre gekommen. Wenn wir uns mal anschauen, die Technologie gibt es jetzt... Um MTS haben wir ja vor ein paar Jahren tatsächlich abgeschaltet. Genau. Jetzt ist das die nächste Idee oder die nächste Entscheidung, die gerade im Raum steht. Was machen wir denn mit unserem GSM-Netz? Das brauchen wir doch eigentlich auch nicht mehr. Andererseits gibt es auch im GSM noch viele Machine-to-Machine-Anwendungen, die existieren, die auch auf GSM angewiesen sind. Und dementsprechend würde ich denken, bevor wir über die Abschaltung von LTE nachdenken, wird erstmal GSM ausgeschaltet. Weil der Vorteil bei LTE ist halt einfach, weil es nicht mehr leitungsvermittelt ist wie GSM und MTS früher. Sprich, ich musste auch auf der Leitung, die zu einer Basisstation hingeführt haben, immer Ressourcen reservieren. Und wenn die voll waren, waren die voll, ähnlich wie Mobilfunk. Und jetzt kann ich ja alles über IP-basierte Anbindungen, also über IP-Protokolle, den Datenverkehr abführen. Das geht zur selben Zeit. Da gibt es eigentlich keine Limitierung, außer die Glashaser oder der Richtfunk, der an der Basisstation dranhängt. Okay. Gut. Dennis, hast du noch irgendwas, was du zum Thema 4G, 5G auf dem Herzen hast, was du noch loswerden möchtest? Ich bin mit meinen Fragen jetzt erstmal am Ende. Danke, Markus, für die Frage oder für die Möglichkeit. Also mir persönlich, mir macht es nach wie vor viel, viel Spaß. 4G und 5G sind sehr, sehr interessant. Aber auch wir beobachten, wenn wir jeden Tag versuchen, in Deutschland unseren Kunden immer was Besseres zu bieten, unser Netz besser zu machen, den Ausbau besser zu machen, dass auch Kollegen bei uns aus der Technik oder Kolleginnen bei uns aus der Technik und wir an die Grenzen kommen, wenn es halt um Genehmigungen geht, Laufzeiten geht, Gutachten geht und, und, und. Und weil eigentlich möchte man ja schnell Besserung schaffen. Nur wenn man dann weiß, es dauert schon zwei bis vier Jahre, dann ist das etwas frustrierend. Vielleicht wird das ja mal in ganz Deutschland das Genehmigungsverfahren und die Bürokratie dahinter ein Stück weit besser. Das wünschen wir uns ja alle. Dennis, ganz herzlichen Dank jetzt erstmal heute für die Runde. Falls ihr Fragen habt zum Thema Mobilfunk und Technik, dann ab damit in die Kommentare. Und wie gesagt, wir werden dann gucken, ob der Dennis und ich das dann in einer der nächsten Runden dann beantworten kann. Bis dahin sage ich Tschüss. Ciao.